hey hallo schön dass du wieder da bist ich habe heute meine frage an dich ich bin ein hedonist und du hast du dir schon mal gedanken drüber gemacht ich tue was mir spaß macht und ja mach einfach wozu ich lust habe und mach mein ding und das macht mich glücklich das macht meine seele ausgeglichen und damit geht es mir einfach gut ich mache einfach was mir spaß macht folge meinem herzen und das erfüllt mich total und nur wenn ich erfüllt bin kann ich das auch weitergeben kann ich die liebe auch an andere weitergeben und ja das steckt einfach an und dadurch sind andere dann auch gut drauf wenn man so eine positive energie verbreitet und ja sind andere gut gelaunt und das ist einfach schön so eine positive energie und nach lust und laune einfach das machen was einem freude macht die freude am leben ist das wichtigste für mich das erfüllt das lässt einem ausgeglichen zahlen herz und seele und geist sind im einklang man ist einfach gut drauf und das wirkt sich auch auf das umfeld aus wie ist das bei dir hast du dir schon mal gedanken darüber gemacht bist du erfüllt bist du glücklich machst du das was dir spaß macht oder erledigst du nur die aufgaben die dir auferlegt werden lebst du schon oder dienst du nur bist du glücklich und erfüllt oder erfüllst du nur die aufgaben und die pflichten die dir auferlegt werden folgst du deinem herzen oder nur deinen aufgaben lebst du die lust oder unterdrückst du sie fühlst du was dir freude macht oder spürst du nur deine pflichten um erfüllt und glücklich leben zu können musst du ganz bei dir sein dein herz spüren spürst du was dich glücklich macht spürst du deine freude oder spürst du nur deine pflichten wenn du wieder ganz bei dir sein willst und dein herz spüren möchtest dann habe ich fünf tolle tipps für dich der erste tipp das ist schon so ein richtiges morgen ritual bei mir geworden morgens und abends wenn ich aufwache bzw wenn ich einschlafe ist mein erster bzw mein letzter gedanke dass ich dankbar bin dankbar für mein leben für den tag für meine familie meine tiere den ort an dem ich leben darf die menschen die mich umgeben das essen dass ich zur verfügung habe einfach alles macht mich total dankbar und dankbarkeit ist so ein richtiger game changer dankbarkeit verändert ganz viel deswegen mein erster tipp an dich sei morgens gleich wenn du aufwachst dankbar und abends wenn du schlafen gehst lass deinen letzten gedanken der dankbarkeit gelten lass einfach noch mal den tag revue passieren und überleg was du alles so gemacht hast wofür du dankbar bist was schön war an dem tag was vielleicht auch nicht so schön war und spür ganz tief rein spüren dein herz und sei dankbar für den tag mein zweiter tipp für dich gehört auch zu meinem morgen ritual gleich wenn ich aufgestanden bin gehe ich ins bad schaue in den spiegel schaue mir tief in die augen und sag mir ich liebe mich das ist auch man macht das viel zu selten aber das bewirkt so viel man spürt sein herz spürt die liebe und es ist ganz wichtig dass man sich selbst einfach liebt und dass man sich das auch sagt und auch ganz tief spürt weil nur wenn du dich selbst liebst dann kannst du auch andere menschen lieben mein dritter tipp geht gleich im bad weiter du stehst vor dem spiegel und das nächste was du machst ist dich einfach ganz fest umarmen und die an die augen schauen und sagen ich bin ein geschenk für die welt ja mein vierter tipp bezieht sich hier auf ein ätherisches öl ich bin ja gerade total begeistert von ätherischen ölen und die sind bei mir ständig mit dabei bei meinem essen bei meiner rohkost bei meinen tieren und ich nutze die einfach im ganzen tag und ich habe hier ein ganz tolles neues öl das joy und es steht für freude und liebe und wenn man das aufmacht und daran riecht dann spürt man auch direkt es ist total blumig und es zaubert einem echten lächeln aufs gesicht und das ist total schön es riecht nach rosen nach jasmin nach blüten nach fülle nach freude als würde man im sommer durch den rosengarten laufen und hätte so die ganze fülle die ganze pracht dieser blumen und den ganzen duft ja heute ist valentinstag da passt es ganz gut wenn du einen unvergesslichen valentinstag erleben möchtest voller liebe freude glück romantische stunden dann nimm das joy macht ihr ein tropfen auf die hand dann drehe ich hier dreimal im uhrzeigersinn um das öl zu aktivieren verteilt in meinen handflächen und inhalier erst mal den tollen duft diese blütenpracht dann kannst du es auf den herz chakra auftragen kannst du gerne auch bei deinem partner machen das erfüllt das herz wirklich mit liebe und bringt ganz viel freude und wohliges warmes gefühl ein gefühl der liebe der verbundenheit und garantiert für glückliche romantische stunden zu zweit ja die inhaltsstoffe von dem öl sind geranie rosenblüten palmarose rosenholz jasmin römische kamille bergamot zitrone und ylang ylang es ist wirklich eine ganz tolle mischung aus blumen aber auch aus fruchtigen elementen wie zitrone und bergamot und da zitrus düfte drin sind eben zitrone und bergamot musst du aufpassen du darfst es nicht auf die haut auftragen und dann innerhalb von 48 stunden in die sonne gehen da könnten dann durch den photosensitiven effekt einfach unschöne braune pigmentflecken entstehen deswegen nicht bei sonne das öl auftragen ja joy garantiert für schöne stunden hebt die stimmung es bringt auch was wenn du einfach nicht so gut drauf bist wenn du traurig bist oder gerade irgendwie schlecht gelaunt in trauer dann inhalier einfach mal und du merkst sofort es hebt deine stimmung an fühlst dich besser befreiter schwereloser leichter du kannst irgendwie die ganzen traurigen sachen hinter dir lassen abschütteln und es fällt irgendwie so ein stein von deinen schultern und fühlst dich einfach beschwingter ja joy hat eine extrem hohe schwingung es hat eine dreimal höhere schwingung wie die eines gesunden menschen nämlich 188 megahertz und das garantiert für freude und zieht glück und liebe in dein leben deswegen kannst du es auf den herzschakra auftragen um die liebe anzuziehen du kannst es aber auch auf den scheitelschakra auftragen um einfach die göttliche anbindung zu haben und die göttliche liebe zu empfangen ja mein fünfter und letzter tipp für dich ist sei achtsam genieße den augenblick lebe den tag als wenn es dein letzter wäre mach nur was dir freude macht und hör auf dein herz und folge deinem herzen und deiner freude und gestalte den tag so dass du glücklich bist und dass du jederzeit einfach sagen könntest ja das war der tag meines lebens und mir ging es gut und es ist nicht immer so einfach ich weiß man hat so seine pflichten die man erfüllen muss und aufgaben aber ich finde wenn man mit dem bewusstsein lebt achtsam einfach auf das guckt was man denkt was man macht was man sagt kann man doch den tag besser gestalten und das größtmögliche rausholen und einfach nach seiner freude und nach seiner lust leben um eben glücklich zu sein und andere auch glücklich zu machen ich hoffe ich konnte dich ein wenig inspirieren um deinen herzen zu folgen und einfach nach deiner freude deiner lust zu leben und auf dein herz zu hören und ja einfach die freude deinen weg begleiter sein zu lassen und wenn dir das video gefallen hat würde ich mich natürlich sehr über ein like freuen du kannst auch gerne meinen kanal abonnieren und ich würde mich freuen wenn wir uns bald wiedersehen bis dann und viel freude in deinem leben ciao